Musik 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 Das weiss ihm wohl gar nichts Musik Hallo zusammen, es ist 11 Uhr am Mittag, was passiert da? Ich find's raus. Kennen ihr die zwei Ladies, die dort sitzen? Ehm, nein. Moderatorin oder so, ich weiss es nicht. Auch schon gesehen, ja? Wo? Wo dann? Schon gesehen, hm. Es ist von Basel. Ja, darum bekämpft ihr, dein rotes T-Shirt ist recht bekannt. Gerade bei Basel. Auch in Basel. Autsch. Musik 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 Wer kann schon von sich behaupten, mitten auf dem Bellevue Rondelle eine neue Frisur verpasst zu bekommen. Eine Guerilla-Aktion von Perfect Hair hat es möglich gemacht und das Model Anouk Manser und die Moderatorin Miriam Rickli filmstarmässig gestylt. Das passend zum neuen Perfect Hair Shop in Niederdörfli. Dort sind die Räumlichkeiten von einem ehemaligen Kino kurzerhand zwecksempfremdet und zu einem Coiffeur-Saulant umfunktioniert worden. Musik Welche Filmstars sind ihr? Ui, das weiss ich gar nicht. Wir haben uns nicht so festgelegt. Ich würde sagen, total abgespaste wahrscheinlich. Wer ist euer Lieblingsfilmstar und welche hat die beste Frisur? Also ich finde Johnny Depp. Ist es denn nur die Frisur? Jaaa, nein, da bin ich nicht so sicher. Ich bin ein absoluter Fan der Cameron News. Die ist einfach irgendwie immer gut frisiert. Auf und davon sind sie mit ihrer Fünflisurt Anouk Manser und Miriam Rickli. Das wäre es gewesen von Bellevue. Ciao zusammen!